Was passiert während im Schlaf bei Babys? Prinzipiell durchlaufen Babys im Schlaf die gleichen Dinge wie Erwachsene. Jedoch brauchen Babys wesentlich mehr Schlaf als wir und das hat auch entsprechende Gründe. Was ist der durchschnittliche Schlafbedarf bei Babys? Gerade Neugeborene schlafen noch besonders viel. Leider schlafen die kleinen Erdenbürger aber über den Tag verteilt und haben noch keinen geregelten Schlafrhythmus. Dieser stellt sich meist erst ab ein paar Monaten ein. Ab wann haben Babys einen erhöhten Schlafbedarf? Besonders während Wachstumsphasen brauchen Babys viel Schlaf. Nicht immer sind diese Phasen gut zu erkennen. Welche Schlafposition empfiehlt sich für Babys? Besonders während der ersten Monate solltest du auf die Schlafposition deines Babys achten. Da die Kleinen noch nicht so mobil und wenig sind wie wir Erwachsenen. Sie befinden sich am Anfang ihrer Entwicklung und können sich beispielsweise noch nicht eigenständig umdrehen und rollen. Welchen Einfluss hat die Schlafumgebung auf mein Kind? Bereits während der Schwangerschaft lassen deine Hormone den Nestbauinstinkt freien Lauf. Du bist bedacht darauf deinen Neugeborenen eine sichere, liebevolle und schöne Umgebung zu schaffen. Ein behüteter Schlafplatz soll für die kleinste für Entspannung sorgen. Wie wichtig sind feste Schlafzeiten? Feste Schlafzeiten Feste Schlafenszeiten bieten einen Alltag, Struktur und Sicherheit. Wenn es immer zur gleichen Zeit ins Bett geht oder zum Mittagsschlaf gewöhnen sich die Kinder daran. Und ein stetiger Rhythmus wird ihnen geboten. Und ein stetiger Rhythmus wird ihnen geboten. Lauf am Knollischen. Vielen Dank.